Ich habe einen Easter Egg entdeckt. Wir machen jetzt schnick schnack schnuck. Wir machen jetzt mal einen Schlag auf ihn auf den Arsch. Und wer den letzten Schlag hatte, bekommt ihn 24. Ich fang an. Boah. Das gefällt mir, ne? Jawoll. Mein, mein, mein. 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 Was für heute war's der erste Stundveruns kreiert? Auf olsun. Der Strom lactose bat. Was für heute? Das zeigt Absicht. Ver currently mit dem Zeit artig! inst Nachs Hmm Klipp den Shit! Oh, es hat genau gepasst! Guck dir das an! Oh, oh, das ist so nett! Ja, das ist so nett! Oh, oh! Oh, da hast du den Salto gesehen, Junge! Ja! Einer daun! 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 Komm her, ey! Komm! Wir machen gerade einen nahen Wettlauf gegen die Zeit! Ja! Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie was gebackt haben. Äh, gebackt, äh, ähm, ähm, weggeballert haben. Sollte jetzt nicht geblendet sein. Oh, nein! Das war ne Splittergranate! Hahaha! Langsam! Langsam! Gut! Achtest du noch aufm Discord? Ja, ja! Der ist daun! Dün! Last words! Hahaha! Fucking bitch! Okay! Er hat gesagt! Fucking bitch! Oben, oben! Da kommt was! Was? Beim Fuß hab ich ihn getet? Hm. Hahaha! Ey, man muss sagen, er ist einfallsreich! Also das musst du ihm zugute halten! Wat leadership! Hö, ho! Lass uns sorgen! hallway intervals und blockade Wirklich Untertitelung des ZDF für funk, 2017